Aha, hier unten ist noch ein Schiff. Ah, seht ihr? Krass. Aber das hat auch gut funktioniert mit dem heisernen Vorhang. Nicht schlecht, ich wusste nicht, dass das funktioniert. Cool. Okay, geil, ja, geil. Ah ja, ja, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende der Mission. Und auch dem Spiel, leider. Also so viel ist es jetzt nicht mehr. Ich sag schon mal vorab, die letzte Mission wird nochmal ein Knaller. Kracher auf jeden Fall. Die letzte Mission bei der Sowjetseite. Holy shit. Das wird heftig, ne? So. Oh, schieß doch vernünftig, Mann. Die schießen fast überhaupt nicht richtig, ey. So. Verdammte Kacke. Triff den doch. Sehr gut. Weg damit. So. Schön. Alles klar. Dann haben wir es ja gleich. So, also die Seeseite ist ja... Der Sammler, Alter. Was machst du da? Der ist lebensmüde. Der ist doch echt lebensmüde. Der trifft auch noch so scheiße gut. Mann. Verdammt. Shit. Nein, ist egal. Komm, den können wir ja nachbauen. Shit. Ah. Ärgerlich wieder. Ärgerlich. Viele Sammler verloren, ne? Ah, gut. Okay, wo ist das Spionageflugzeug? Da ist das Spionageflugzeug. So. Pack es mal hier hin. So. Gut. Sack. Schattengenerator. Oh Mann. Das ist nervig mit den Schattengeneratoren. Aber ja, geht schon. So, der Sammler ist fertig. Was heißt wieder? Ein paar Raketenwerfer. So. Sieh, der versucht es immer mit irgendwelchen Meniken, ne? Das ist doch so unfassbar. Na ja, gut. Freunde. Dann fahrt mal so weit, wie es geht hier rein. Da kann ich das Ding eigentlich auch schon wieder verkaufen, theoretisch. Aber ne, ich lasse es der Vollständigkeit halber mal da. So. Noch mehr Mammuts jetzt. Jetzt haben wir fünf Raketenwerfer, fünf Mammuts. Ah, wie er die Kirchenmucke, cool. Die Mucke ist richtig geil. Ich mag die Voll. Vor allem, weil die Voll nicht hier reinpasst, finde ich. Ach ja. Du, 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 du. Richtig gut, ey. So. Ich passe mal. Ja, das passt. So. Dann können die mal reparieren fahren. Schafft ihr das? Ja, das schafft ihr. Sehr schön. So. Können wir mal wieder Flugzeug-Action machen hier. Eiserner Vorhang ist bereit, sehr gut. Den brauche ich gleich auch beim Angriff. Oh ja. So. Dann können wir mal hier weitererkommen. So. Ah, es reicht nicht. Okay. Ach wohl, so viel langsamer sind die U-Schrauber gar nicht. Ja, so. Gut, ich mag, wie die den Panzer hier weghauen. Ist das so heftig? Diese Hubschrauber, ey. Richtig geil. Ratatatatata. So. Aber ich hab keinen Bock, hier gleich hinzufahren, deswegen... Ich mach das lieber mit Flugzeug. Ohohohoho. Es ist so geil. Oh Mann, ey, diese Mucke. Ohohohoh. Tss. Der ist immer noch? Ernsthaft? Okay, na gut, dann mach. Tob dich aus. Du hast die Erlaubnis. Auch angekratzt, alter Schwede. So. Die Mix. Zwei Mix kommen dann auf den anderen Turm. So. Beide Türme weg. Zack. Sehr gut. Und die restlichen, die können dann hier noch die, wenn sie noch was haben. Ah, leider nicht. Okay. Egal. Die laden ab. Die sind schon voll. Sehr gut. Dann machen wir das hier weg. Ja, richtig gut. So. Um Schrauberwand. Wo seid ihr? Da seid ihr. Die sehen auch so lustig aus, finde ich. Naja. Da sind Edelsteine. Hab ich gesehen. Naja, komm. Den macht ihr. Ja. Zack, weg. Und dann den hier noch. Der ist sehr easy für euch, oder? Ja, kein Problem, so. Zum Frühstück so ein Panzer, weißt du. Oh, nee, ey. Rax-Zirus. Je weniger Rax-Zirus hier sind, desto besser, ey. Verdammte Scheiße. Die können einem so auf den... Moment. Die können einem so auf den Sack gehen, diese Rax-Zirus. Der hat hier nur Rax-Zirus stehen, ja? Ja, dann kann ich die jetzt alle nach und nach mit einem Soldaten hier weg machen. So. Schaffst du den noch? Schade, leider nicht. Egal. Je weniger Rax-Zirus, desto besser. Und schaut mal hier, er hat den Versoren hier stehen. Krass. Ich könnte mir jetzt eigentlich auch direkt schon den Gnadenstoß versetzen und, äh, den Bauhof platt machen. Das mach ich sogar. Die Mix sind ja noch... Ah, hier stehen so viele Rax-Zirus oben. Verdammte Kacke. Moment mal, welcher fliegt denn da als erstes hin? Moment mal, kann ich... Während dem Flug... Geht nicht, ne? Schade. Es geht nicht. Okay, egal. Komm, dann. Oh. Der Bauhof ist weg. Ah, Mann. Auch die zwei Mix wieder weg. Oh, Leute, 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 Leute. Den einen brauche ich noch, einen Hubschrauber. So. Ei, 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 ei. So, die U-Boote sind fertig, sehr gut. Da hat hier noch diesen einen Schattengenerator stehen. Ach, alle Aktionen. Alle Flugzeugaktionen, okay. So. Der Bomber kann es mal versuchen. Hier drauf. Hat der nachgebaut? Ich glaube, der hat den nachgebaut. Kann das sein? Und dann hier. Und dann hier. So, die fünf Mencken. Der hat hier den scheiß Schattengenerator nachgebaut, okay. Das finde ich jetzt interessant. Weil das habe ich, das hier habe ich definitiv zerstört. Oh, geil. Der hat mal voll getroffen. Oh, ho, ho, ho. Sehr schön. Aber ich frage mich, wo der die Kohle her hat. Dann macht das mal im Arsch. So. Der hat mal voll getroffen, der Bomber. Das war gut. Da habe ich mal Glück gehabt. So. Also. Wo steht der Kack-Schattengenerator? Kann man da irgendwie dran? Komme ich da dran von hier? Ja, komme ich. Sehr schön. Dann macht er mal platt. Der baut immer nach. Das ist das. Wie viel hat der noch? Ah, der ist halt kaputt. Sehr schön. Das sollte doch passen, Mensch. Eine Stunde, acht. Drei Parts für die Mission. Krass. Okay. Die Mucke ist geil hier. Ja. Mag ich. So. Das müsste doch jetzt reichen, oder? Ja. Der Spionageflugzeug kann dann in die Mitte da. Dann kann ich mal hier weitergehen. wieder aufdecken, ne? Bringt dir nichts. Das ist kindisch, was du machst. So. Alles klar. Ja, einen baue ich noch. So. Waxi, weg damit. Ah, hier, Radar. Die muss ich ja kaputt machen, ne? Die Radarzentralen. Die muss ich ja kaputt machen, ne? Wir machen erst diesen scheiß Schattengenerator weg. Die nerven richtig. So. Meine Güte. Da weißt du was. Das können die Mics machen. Auch wenn es nicht alle machen, aber ist egal. Ich brauche eh noch ne Mics. So. So, und tschüss. Der hat noch ne Flak. Alter, nein. Ah, nicht gesehen. Gut, dann weg da. Du kannst hier direkt drauf ballern. So. Alter. Mann. So. Das sind teuer, die Sachen, ey. Macht das mal kaputt. Die Sachen sind nicht billig, Leute. Freunde, 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 Freunde. So. Keine hat's überlebt. Ja, toll. Keine Mics hat's überlebt. Super. Na gut, dann mach doch mal hier hin. Ich glaube, dann hab ich alles erkundet. Gut. Da ist er. Da ist er. Fällig. Gut. Ja, da ist noch einer. Warum dauert das? Was war das denn? Ah, hier ist kein Geld mehr. Ach, deswegen. Ja, gut. Dann muss ich jetzt hier mit klarkommen, ne? Also. Mach mal hier. Mach mal hier ein bisschen Stress. Mach die scheiß Raxi aus platt. Erstmal den hier, weil der ist gefährlicher für uns. So. So, weg. Alles klar, sehr gut. Kann ich hier mit dem Fünfhennig ein bisschen Stress machen hier unten? Ja. Geil. Alles klar. Der repariert noch. Also, der hat noch ein bisschen Kohle. Und, aber hier hab ich halt leider keine Spione, womit ich den ausspionieren könnte. Halt, um Informationen über Kohle und so zu kriegen. Das hab ich hier leider nicht. Ja, dann bau noch eine MiG. Ja, so schnell, so schnell ist die Kohle weg. Das ist ja... Aber ich glaub, das reicht jetzt auch von den Panzern her. Also, ich glaub, hiermit könnte man jetzt erstmal was anfangen, ja. Dann fahrt erstmal hier hin, bitte. Spionage. Und dann hier einfach mal rein. So, und hier macht man das hier kaputt. So. Ah, hier. Ja, sehr gut. Hatte hier auch schon. Was für Stütz... Ist doch nix. Bam. Weg damit. So. Sehr schön. Weitere MiG. Weitere MiG. Ja, Rack Zero, komm. Äh, mach den weg. So. Schön Stress machen hier mit meinen Bonus-Einheiten. So, geil. Alles klar. Drei MiG. Hubschrauber sind komplett sehr schön. Das hört man doch gerne. Also, das sieht man doch gerne, ja. Wenn ich mich nicht... So. Egal, das reicht ja trotzdem nicht. Was für Einheiten... Was? Was war das denn? Ach so, ein Raketenwerfer. Ja, okay. Geil. So, dann... Na dann, easy peasy, ja. Ja, was ist denn... Äh! Ach, hier ist ein... Alter Schwede, hier sind viele Minen noch, ja. Ja. Interessante Musik im Hintergrund, auf jeden Fall. So. Die... Ja, genau, die Mucke, ey. So. Alter! Schaut euch das an, vier Transporter da oben, ne. Schon nicht schlecht. Da. Ja, so geht's auch. So geht's auch. Leute. Leute, 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 so. So, weg damit. Macht das weg. Aber Team 30 ist ja komplett, ne. Dann können die mal da die Raffinerie plattmachen. So. Ja, ich weiß. Ich hab kein Geld mehr. Ah, da könnt ihr drauf schießen, ist gut. So, da kommen die... Meine Hubschrauber stehen. Zack. Diese Sounds, ey. So, jetzt schießt doch alle drauf. So. Und die können auch die Silos hier plattmachen. So. Genau das. Und, äh... Die können wir hier unten das plattmachen. Ja, alles klar. Sehr gut, ey. Das... Das passt schon so. So. Okay. Alles klar. Dann sind wir hier durch. Dann speichere ich das lieber nochmal, bevor sich... ...die Chronosphäre in die Luft jagt. Weil das wär schon echt krass. So. Macht das mal weg hier. Ja, Sir. In Ordnung. Zack. Und tschüss. Ja, Sir. Ja, Sir. Alter. Noch eine V2 hinterher. Ja, geil. So. Warum hat der eigentlich die ganze Zeit noch Energie? Warum kriege ich kein Geld mehr? Was ist hier los? Wo sind meine Sammler? Wo sind meine Sammler? Ja, hier gibt's... Hier gibt's nichts mehr zum Sammeln. Das ist... Fahrt doch nicht immer so... Weißt du was? Der regt mich jetzt voll auf. Jo. Ey. Oh! Ja, dann... Keine Ahnung. Fahr nach Hause. Alter. So. So. Okay. Scheiß Schlachtkreuz, ey. Ganz ehrlich. So. Wo ist meine hier? Ist mein Dings. Das ist eine Scheiße zu erreichen. Das ist eine... Schlecht zu erreichende Stelle hier, ja. Weil der immer abdeckt. So, Romba. Alles klar. Der bewegt sich vom Fleck. Das ist schon mal was Wertvolles auf jeden Fall. So, dann. Ha, weicht doch nicht aus, ey. Ha. Macht ihr jetzt endlich mal diesen Schlachtkreuzer da weg. So. Gut. Was für Stützpunkt? Wo denn das? Ist doch nix. Ach, jetzt... Ach, jetzt will der auf einmal meinen Stützpunkt angreifen? Ja, super toll. Jetzt greift er auf einmal meinen Stützpunkt an mit dem Schlachtkreuzer, okay? Aber was schießt er genau an? Oh, Tesla. Haar weg damit. Sehr gut. Sehr schön. Mach doch mal weg hier. Zack. So. Ja, ich bin im Moment ein bisschen im Tunnel. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Mach mal diesen scheiß Schattengenerator hier weg. Der hat überall Schattengeneratoren. Das ist doch nervig, bis zum Abwinken, ey. Deswegen sehe ich auch hier nix. Mann. So. Da ist noch eine Radarzentrale. Die Raketenwerfer können da drauf schießen. Das ist alles gut. Sobald die Raketenwerfer... Solange die Raketenwerfer da drauf schießen können, ist alles super. Zack. Das war's schon damit. Und weg damit. Sehr schön. Mann. Mann. Hey. So. Ich kann ja hier nix... Speichern. Guck mal, ob ich hier erkunden kann. Probier's. Da stehen Invasoren. Okay. Ich probier's mal. Kann ja nicht schaden. Alles klar. Die ist aber schon angeschwächt. Aufpassen also. So, die Raketenwerfer machen wir das hier im Arsch. So. Zack. Zack weg. Ah, womit mal. Da steht noch ein Bunker da oben. Wir können auch da drauf schießen, oder? Ja. Sehr schön. Sehr gut. Na dann. Das Mannigen direkt mit weg. Alles klar, da muss ich hier, ja. Ich hab halt keine Ahnung, wie ich da jetzt oben hinkommen soll, ne? So, wo ist mein Sammler? Hier ist noch ein Sammler. Ich hab noch zwei Sammler, ja? In Ordnung. So. Und dann. Ja, Sir. Wir müssen... Ja, Sir. Wir nennen die hier mal Team 2. So. Bestätigt. Bestätigt. Welte mich wie bevor. Bestätigt. Da. Der hat immer noch... Ah, jetzt ist er weg. Das war's. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, ich weiß, dass ich kein Geld hab. Oh, danke. Die Raketenwerfer, ja. Sehr schön. So. So, dann machen wir das Ding hier im Arsch. Ja. Sehr schön. Die Raketenwerfer können da reinballern. Das ist sehr gut. Ja. Geil. Genau, hier explodiert jetzt alles. Das ist gut. Das brauch ich jetzt hier, ey. Mann. Dieser Drecks-Schatten-Generator. Mach den mal weg da. Ey. Ja. Nein. Ah, verdammt. Ne, das... Ne, ne. Na gut, dann... Zieh weg. Ja, Sir. Verwarte Ihrem Spiel. Oh, der Einsatzfahrzeug. Da. Dieser Drecks-Schatten-Generator. Ja, Sir. Die werden draufgehen, aber ist mir jetzt egal. So. Wird gebaut. Einheit verloben. Einheit. Es reicht einfach nicht. Hm. Genau. Stell mal die Raketenwerfer ab. Was macht ihr denn? Meine Güte. Stell die Raketenwerfer mal einfach mal ab hier. Dann können die da reinschießen. Und, äh, dann werde ich später... ...übe Zufschrauber nehmen und mal die hier platt machen. So. Gut, ey. Ja. 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 Bewegt sich, ey. Bringt dir nix. So. Dann den hier. Ja, Sir. Die kriegt er vielleicht sogar auch noch. Ja. Die machen so viel Damage. So viel Damage machen die. Ja. Mit dem letzten Schuss fast noch. Okay. So. Die können jetzt nirgends wo mehr draufschießen. Muss ich jetzt auf das Spionageflugzeug warten. So. Dann. Dieser scheiß Schatten-Generator. Weg. Alter. Alter. Das ging viel zu schnell weg. Ah, hier. Geil. Okay. So. Pff. Ja, Sir. Ja, Sir. Steht ihr. So. Meine Güte. Eine Stunde zwanzig. Hohohoho. Alter. Ja, gut. Das ist anscheinend normal so. Die drei Raketenwerfer machen jetzt endlich diesen Scheiß-Schatten-Generator da oben platt. Hier. Ah, sie rei... Es reicht nicht. Okay. Es reicht nicht. Ja, gut. Dann macht die Energie platt. Das reicht aber. Ja. Und jetzt ist es mal endgültig mal vorbei mit deinem Scheiß-Schatten-Spender hier. Gut. Meine Fresse, ey. Dann kann die eins mal hier runtergehen. Ja, Sir. Du schießt mal auf den Sammler. Ja, Sir. Ja, Sir. Einfach mal, weil du es kannst. So. Ich kann meine Sammler jetzt sogar in Ruhe sammeln. Das ist auch schon was. Ja, genau. So. Mix nachbauen, ja. Ja, genau. Bereit zum Anbauen. Sehr gern. So. In Ordnung. Oh, bestätigt. Natürlich. Wähle mit einer Spionage. Ja, Sir. Bestätigt wohl. Ja, ah, Spionage. Das ist gut. Das brauche ich jetzt. So. Bestätigt. Dann kommt ihr mal bitte. Und macht mal den Turm da platt. Und der Bomber. Der kann mal versuchen, das hier oben Platz zu machen. So. Alles klar. Meine Güte. Ah, trifft nicht. Ja, das meine ich halt. Trifft nicht. Ja, Sir. So. Ja, Sir. Versteht dich. Hier muss ich echt mit Luftwaffe arbeiten. Luftwaffe arbeiten. Ey, das ist so hässlich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, schade. Egal. Wie viele Mix habe ich? Drei Stück wieder. Okay, dann ist das wieder Team 2. Mach dir mal die Flak hier kaputt. Mach dir mal die Flak hier kaputt. Ich mach das zwar kaputt hier. Das Silo da. So, dann geht der mal hier unten hin, bitte. Ja. Sehr schön. Gut. Ja, Sir. Ja, dann, äh, nur noch die Hubschrauber. Die machen wir das hier im Arsch, so. Ich war gerade kurz am Überlegen. Was war das? Was war das? Naja, ich speichere mal lieber nochmal ab, bevor jetzt hier gleich irgendeine Scheiße losgeht. So, meine Güte. Jetzt schießt doch alle drauf, Mensch. So, ja. Gut. Die Radarzentralen habe ich ja ausgeschaltet, ne? So. So. Da ist auch noch einer. Na gut, dann. Sehr schön. Ich habe keine Lust, jetzt meine Panzer hier oben hinzuführen und dann hier über die Brücke. Das ist doch blöd. So. Alles klar. So, dann mach dir mal das hier kaputt. So. Alles klar. Ich kann sogar hier in die Nähe gehen. Okay. Ja, dann. Okay. Ja. 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 Meine Güte, dann haben wir es ja gleich endlich. Das sind halt so ein paar blaue Punkte jetzt hier. Aber das müsste es dann auch gleich gewesen sein. Hier läuft noch einer rum. Und hier sind noch zwei Panzer. Und dann noch ein Bauhof da oben. Und dann die hier noch. Und dann war es das. Boah. Krasse Mission, Freunde. Krasse Mission. Heftig. Heftig. Da habe ich aber recht. Alles wieder gebraucht. Luftwaffe, U-Boote, Panzer, alles. So. Mach den weg. Das ist ja wohl... So, jetzt den Bauhof. Jetzt den Bauhof. Der repariert ernsthaft. Warum repariert denn der? Dump noch mal. Ich habe halt keine Chronosphäre und nix. Ich gucke mal, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, ich habe es gehört. Der ist halb kaputt, der Bauhof. Da ist tatsächlich noch ein Sammler. Okay. Na gut. Alter, jetzt. Jetzt überfahr den doch. Das nervt. Das nervt ja wohl. Das nervt ja wohl jetzt. So. Weg damit. So. Wie sieht es jetzt aus? Oh, ich kann noch ein paar Mix bauen. Sehr gut. Zumindest ein. Zwei Stück noch, ja. So, die sind voll. Sehr geil. Dann ist Team 3 auch voll. Team 3 kümmert sich mal da. Alle drauf einfach. So. Alle da drauf. Und den Fallschirmjäger können wir hier hin. So. Kümmern wir uns mal um den. Das reicht sogar. Sehr gut. Dann. Kümmern wir euch mal um den da. So, dann könnt ihr euch ja jetzt noch um die Transportboote da kümmern. Und dann noch einmal die Flugzeugladung auf den Sammler und dann passt das. Boah. Meine Güte, ey. Alter Schwede. So. Oder reicht das nicht? Oder reicht das nicht? Ich fürchte, das reicht nicht. Oder? Na, schade. Okay. Egal. Na dann. Hier. Fliegt mal auf den Sammler. So. Ah. Es hat doch gereicht. Mit dem letzten Schuss wieder. Okay. Moment. Speichern. Noch. Vorletzte Mission, Freunde. Ja. Geschafft. Würde ich mal sagen. So. Dann packe ich das Spionageflugzeug nochmal hier drauf. Aber ich glaube. Ja. Seht ihr? Wir mussten nicht die Crossfaire einnehmen. Alles klar. Boah, Freunde. Was für eine anstrengende Mission. Hohoi. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Meine Güte. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Also, wir sind jetzt wirklich vor dem letzten Showdown. Und meine Güte. Da muss man echt sich konzentrieren teilweise. Und ja. Wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Denn, äh, ja, die letzte Mission, der finale Punkt, Freunde, der wartet auf uns in der nächsten Folge. Ja, da würde ich sagen, würde ich das jetzt erstmal zusammenschneiden und mache dann jetzt erstmal Schluss. Äh, vielleicht mache ich nachher noch weiter, weiß ich noch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Und derjenige, dem es gefallen hat, der möge doch ein Like oder Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Und, äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschö, tschö.